Dies ist kein Krieg des Glaubens. Wir vertreiben sämtliche fremden Mächte aus unserem Land. Wir sind Al-Qatala. Wir sind die Mörder. Ein Kampf ohne Reue. Ein Krieg ohne Mitgefühl. Nur so werden wir leben und sterben, als wahrer Soldat. Wir spielen Modern Warfare, das Spiel von Pile of Shade. 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 Echo 3-1, ein Charlie-2-Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich keine. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht bis ich es sage. Watcher an 3-1. Hören Sie? Station Chief Laswell. Schieben Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursextam bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe. Aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Schieben. Keine Garantie, dass die Runde Schaden nicht still hält. Verstanden, Alex. Finden Sie den Garten, Barkov-Leiter, und verschieben Sie die Befohlen in Sicherheit. Hey, Watcher. Tragen. Schieben. Gehen wir hin. An alle Invertries. Rück zu eurem Weitertruft vor. Verstanden. Unter links. Wir müssen uns beeilen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Wie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen? Die würde sich ein russischer General nicht mehr begraben lassen. Psst. Vorsicht. Hier, nach vorne. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Ich höre zwei. Die suchen uns. Zwei Söldner. Keine Uniform. Ich habe etwas gehört. Jetzt. Hey! Wer ist hier? Gehen Sie, zeigen Sie! Sie schießt. Holt sie euch. Wir sind sicher. Verstanden. Auf dem Kapustieren und Gelände beobachten. Ich darf mich mit der Waffe nicht. Echo 3-1 an Blue Viking 5. Feuer frei. Bereithalten für Zielbestätigung. Verstanden, 3-1. Viking hält sich bereit. Checken wir die Gegend. Und vergewissern uns, dass keine russische Armee da offen ist. Wo ist der Baukrank? Lässe auf, CIA. Sichtkontakt herstellen und checken, ob alles Fahrzeug kommt durch das Haupttor. Mittelschwerer Transportlaster. Transport für das Gas. Fahrzeug bewegt sich. Patrouillenfahrzeug. Söldner. Ein Sicherheitsteam. Gute Ziele. Kein russisches Militär. Es kann losgehen, CIA. Blue Viking 5. Echo 3-1 hier. Ungeschützte Truppen. Südtor. Freigabe zum Feuern. Roger 3-1. Ziel erfasst. Feuer frei in 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Wo ist das Fosforangriff? Im Tal und so. Echo 3-1. Gute Wirkung auf 4. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Da oben ist es richtig heiss. Wir übernehmen jetzt. Heft. Ich habe eine Lampen oder so. Gute. Achtung. Mehrere Schützen. Zu Fuß. Gute. Wir sind unter Abstreuern. Stopp. Lasst sie näher kommen. Beißen Sie uns. Werdet ihr sie und biet ihr. Innanche General biet uns. Werdet ihr sie. Wenn ihr etwas biet ihr, strich. Werdet ihr. Ausräuchern. Jetzt. Gesichert. Los. Weiter. Da hat wohl jemand mit dem Feuer gespielt. Geschieht Ihnen recht, wenn Sie diesen chemischen Dreck verrückern. hineinziehren. Schlimm. 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 Menschliche Fackel. Schlimm. 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 Ich greife an. Roger, Christian ist unterwegs zu Ihnen. Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Bleib cool. Ich brauche schon kein Überraschungsmoment mehr. Was habe ich jetzt genommen? Wahrscheinlich nicht das Gleiche, wie ich habe. Bleib wachsam, wir sind hier blind. Kein Takt! Aber der BD ist im ersten Stock. Flakiert ihn und schaltet ihn aus. Ausrücken. Wir müssen das Gas sichern, bevor Sie es wegschaffen. Ehe, warte, warte, warte. Ziel! Zehn Meter Entfernung! Oh! Sie sind beim Kreuzfeuer. Schauen wir noch. Schauen wir noch. Die schiessen mal gescheitert auf das Licht. Bewegt dich erst, wenn du nicht leugnest! Aktivität! Hier ist sie. Oh, da, da! Nein, er ist ungeschützt! Sie sind zu ungeschützt! Wir sind zu ungeschützt! Das MG-Dest ausschalten! Wo sind sie? Da, da, da! Nein, er ist ungeschützt! Sie sind zu ungeschützt! Wir sind zu ungeschützt! Das MG-Dest ausschalten! Das MG-Dest ausschalten! Feuer auf das MG-Dest! ECHO! Fein! Ich sehe sie! Warum schießt er? Ah, muss nachverladen. Da läuft einer! CIA! Keine Hilfe! Wir schießen! Haft nicht Kontakt! Ah! Sie sind ganz nah! Zehn Meter Entfernung! Jetzt die Deckung! Verstanden? Scheiße! Ich bin hierher! Ich bin hierher! Nach unten! Mach da unterricht! Mach da unterricht! Ich bin hierher! Ruhe! Rot ist eigentlich nicht gut! Süßalte! Ja, ich sehe sie! Ich bin hierher! Sie bewegen sich! Absichtskontakt! Das Zug! Bitte strecken Sie! Jetzt! Das ist schwer! Wie geht's jetzt? Ich bin nicht passend! Scheiße! Häääh! Ich kenne den Hintergrund! Halt nicht! Halt nicht, beersackt! Dann gibt die Kriegzu isst, die Kbo! Ich bin nicht aufmerksam! Sie sind neu. ...Karren hier! Die Zeit ist! Ich sehe sie nicht! Ich hab in der Maske, die Handfelder getragen! Ich habe kenne es jetzt! Oder da? Ich bin endlich! Aber ich hoffe, ich brauche es heute gar nicht! Ich sehe sie nicht! Ich erбуne es hier. Sie laufen! Oh? Jetzt brennt man ihn. Sie bewegen sich! Geht mir Deckung! Mehr Feuer auf das MG! Bewegen, wenn das Licht weg ist! Ob das MG aussieht? Oh! Was ist das? Ich habe nicht gesehen, dass ich das schütze. Ich habe keine Sicherheit. Was ist das? Ich habe keine Musse hier. Oh! Shit! Ich habe gemeint, ich muss das zünden. Ich habe gemeint, ich muss das hier zünden. Das durchs Sprengding. Was jetzt? Vorwärts! Hab einen Fall! Sie sind fest! Die Bremse! Sie brechen zum Lager auf durch! Hab ein Ziel! Da ist es wieder weit weg! Schiess, sonst ist eine Eigentat. Ich weiß nicht, ob ich dieses Zeug nicht reinlassen darf. Ich sehe wirklich nicht viel. Das Gas muss da drin sein! Gute Spiele, dass ich hier viel habe. Der 4K. Boah, es donnert die. 4K, das ist wirklich mehr. Gesichert! 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 Da könnten Chemikalien drin sein! Masken auf! So schnell geendet ist es nicht. Auf geht's! Masken anziehen! Das ist nicht gut! Hier drin ist es stockdunkel! Nachtsichtgeräte wären da besser. Hast du das gehört? Wer auch immer hier den Strom abgestellt hat. Das geht wahrscheinlich nicht. Masken zählen. Scheiss! Siehst du das? Schnapp die! Kontakt! Das ist nicht! Das ist nicht! Wer ist erledigt? Passet er, der andere ist schon um! Hab ihn! Aktivität auf dem Steg! Schade, du kannst nichts selber drehen, du kannst nur mal drücken. Schnell, 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 schnell. Durchschlackt mit der Blendegranate, oder? Schiesst den Hörer, der Kollege. Ah, oben ist er. Schalten wir den Strom unter das Licht an und finden dieses Gas. Schalten wir den Strom ein, ok? Schalten wir den Strom ein, ok? Das Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Was ist das Ende? 3-1 Ende. Sehen Sie nach, ob es das ist, weshalb wir hier sind. Wir machen die Lassen startklar. Gefangenen, also. Das ist die russische Armee, oder? Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden, 3-1. Einpacken und zurück zur Basel. Verstanden, halten wir ab. Perfekt. Ghhh... Musik Ehhh... Ich verstanden, wir müssen fertig gehen? Wir sind unterwegs zur Evakuierung. Ich habe noch einmal ein Mal gestorben, seitdem wir durchbrennen. Ich werde mal schiessen. Die Pistole füllen. Die habe ich ja weggeschossen. Eher zum Helga! Sidi, der Anfänger! Wir sind nur Russi. Marins. Amitar. Wir sind nicht da, Rack. Waren! 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 Haben wir jetzt den Diebstahl von diesen Fässern gemacht? Echo 3-1 an, Roger. Alex, was ist das? Ohne uns hätten sie das rausgefallen. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren. Sofort! Roger. Damit mehrere russische Tropen auf dem Weg zu euch ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ender. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam! Und Sie entscheiden das nicht! Colonel, Laswell. General, meine Leute... Morris, Sie können wegtreten. Ja, Ma'am. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf, Laswell. Fixen Sie's. General, Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. John. Laswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich hab ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York... London. Und das Briefing? Da gerade. Feldmuff? Sargent Garrick. Hier ist Garrick. Terrorgefahr ist jetzt kritisch. Vermutlich mehrere Angreifer. Pumpenträger oder schlimmer. Scharfschützen in Position. Negativ, Sargent. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen wir aus London kein Kriegsgebiet. Klar? Ja, glasklar. Ende. Wir sind dann wohl allein, Leute. Wir schaffen das. Gehen wir's an. Okay? Bestätigt. Sergeant. Achtung. Passt zur Beschreibung. Das sind sie. Saban Raven. Weißer Van. Mehrere potenzielle Kämpfer. Waffen gesichtet. Abfangmanöver. Roger. Solange kein Angriff droht, nicht angreif. Weißer Van. Links. Los, los! Sie sind hier, Brüder! Sie sind hier! Los! Polizei! Keine Bewegung! Die Hände hoch! Sofort! Ui. Ja. Meißer Van. Links. Los, los! Sie sind hier, Brüder! Sie sind hier! Los! Polizei! Keine Bewegung! Die Hände hoch! Sofort! Auf den Boden! Sofort! Ich sag's nicht nochmal! Waffe! 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 Das durfte ich nicht verhindern. Nein! 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 Das ist mein Eiger! Uiuiuiui! Sie haben ihn erwischt! USBV-Detonation am Pikettyli Circus! Beamte am Boden! Mehrere zivile Verluste! Wir brauchen hier sofort Sanitäter! Scheisse! Sie sind noch nicht fertig! Beweilen Sie nicht! Ich ist im Shanix! Zaneix... Das ist für mich ges manifestations! Sie sind sicher. Die Regierungen sind nur angelegen. dónde istvas Univers challenge? Sie sind sehr wichtig. Warum der Glocker League war wichtig? Sie sind nicht zu verhindern. Sie haben er dichtgemacht jer. Alle Einheiten! Oh, da lebt noch! Wo ist jetzt die Maschine? Alle Einheiten! Und die Mäupte ist eigentlich gar nicht, aber ich gucke die Dürre. Oh, das war echt kaputt. Ich glaube, das ist mir ein Sieg. Ich glaube, das ist der U-Bahn. Dann können wir die vorne holen. Sie feuern die Raketen vom Dattelsamm zu den Meugeln! Die Verbindung drückt ab! Wiederholen! Sie schießen mit der ganzen Raketen! Wir haben uns in der heutigen Notterroristen geholt. Stopp! 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 Sind die dahin auch noch? Guck! Ich bin hier gar nicht gut positioniert. Ich bin hier völlig falsch aufgestellt. Ich habe hier aufgestellt. Dass ich bei der Baubahn muss. Was ist das da? Ah, das ist das Flughafen dahinter. Und vorne aussteigt. Raven, Saber 2. Ich bin hier aufgestellt. Ich bin hier aufgestellt. Ach, das ist das Flughafen. Boah, shit! Da hast du es aufgestellt. Hier ist das Flughafen. Die Explosion kommt an. Die zweite Explosion wird nicht weitergegangen. Verdammt! Sie liegen nicht mehr auf die Straße. Saber 2 an Raven, wo bleibt die verdammte Armee? Gehen wir jetzt! Alle Einheiten! Verdächtige im Tento-Gebäude umzingeln! Mögliche Geiselnahme im Rumpkreis bleiben! Und jetzt haben wir noch... ...Volvenor des Wachstums! Schützige Fall! Meere oder Opfer! Viele Verdächtige, immer noch in der Nähe! Geiseln! Automatische Wachstum! Gebraucht Trojan sofort! Ein Einheiten! Verrückbleiben! Verrückbleiben! Schulte 9-9 ist jetzt unser Weg! Steiner! Vorhandene Einsatzpunkte 1! Brennstopp! Brenziger Weg! Brenziger! Aber wie weit weg muss ich denn da sein? Raven Saber 2! Explosion vor dem Tento-Gebäude! Beamte getötet! Ich muss es machen, dass sie es nicht versprengen oder was? Was ist der Status der Geiseln? Ich muss ins Gebäude! Auf Empfang bleiben! Ja! Alpha Whisky 2 von Trojan 99! Alle Empfang! 9-9 Ende! Med-Light-Stelle! Hier Alpha Whisky 6-9! 9-9! Jetzt? Verbündete! Alles gut! Hast du eine Waffe? Ja, Sir! Captain Price! Sergeant Garrick! Sie kommen mit! Die Ecken überprüfen! Hilfe! 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 durch die Waffe! Hilfe! Hört mich jemand! Hilfe! Na los Sarge! Hilfe bitte! Hier piepst etwas in Fall. Hier oben! Das ist eine Bombe! Nehmt das ab! Bitte, nehmt ihr das ab! Sarge, ich brauch sie hier. Hilfe! Ich gehöre nicht zu denen! Alle Einheiten. Hier ist ein Mann mit einer Bombe am Körper. Ich bleibe auf Distanz. Es geht nicht auf! Bekühlen Sie ihm helfen! Ich versuch's. Ich bin bei dem Hintergrund. Sie geht hoch. Ich schaff es nicht. Keine Zeit! Ich schaff's nicht. Hilfe! Moment! Was ist das? Was ist das? Halt mich hin! Halt mich schon. An alle! Bombe geräumt! Wir kommen raus! Sanitäter! Bleiben Sie ruhig! Wir bringen Sie hier raus! Verletzt? Bin okay! Trenn alles! Sie sind heute ein Held, Sargent. Das hätte gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe es keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir. Ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo. Sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Hatten Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir. Okay, Garrick. Mitkommen. Al-Katala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Ur-Sigstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen. Oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim? Nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander! Wir müssen los! Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Mhm. General Barkos, Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du. Kämpfst du auch. Quellen nach oben. Dann komm mit.